Das Studio 47 Wochen Update. Ganz herzlich willkommen. Wir haben für Sie die Themen der Stadt in fünf Minuten. In dieser Woche hat sich vor allem eine Situation zugespitzt. Das RS-Virus sorgt für volle Praxen und Kliniken. Und besonders betroffen sind die Kleinsten in der Gesellschaft. Die Infektionswille nimmt erstmal kein Ende. Viel zu tun gibt es in einer Kinderarztpraxis immer. Doch seit ein paar Wochen schlagen immer mehr Ärzte Alarm. Denn die RS-Virus-Infektionen nehmen stark zu. Die Erkrankung betrifft nicht nur die Atemwege, sondern sorgt vor allem bei den jüngsten Patienten für Probleme. Das merkt auch Dr. Markus Schäfer in seiner Praxis. Bei bestimmten Symptomen sollten die Eltern mit ihren Kindern deshalb sofort einen Arzt aufsuchen. Wir haben eben nach wie vor noch Corona-Auswirkungen, die sich dadurch ergeben, durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie, Lockdown, Hygienemaßnahmen, Masken tragen, haben viele der kleinen Kinder in den letzten ein bis zwei Jahren noch gar keine schlimmeren Infektionskrankheiten oder Erkältungskrankheiten mitgemacht. Die holen die jetzt sozusagen geballt alle nach. Und deswegen kommt es halt im Moment dazu, sozusagen als Nachholeffekt, dass halt besonders viele Kinder von diesen RS-Viren im Moment betroffen sind. Ein weiteres Problem, das sich zuspitzt. Es gibt immer mehr jugendliche Drogentote in Deutschland. Auch in Duisburg kämpft man dagegen an. Vor allem der Suchthilfeverbund fordert unter anderem, es braucht einen Drogenkonsumraum. Verlassene Gebäude oder ruhige Parkhäuser. Das sind oft die typischen Orte, an denen Drogen konsumiert werden. Hier findet man dann Spritzen und andere Hilfsmittel. Und um den Konsumierenden mehr Sicherheit zu geben, fordert der Suchthilfeverbund einen Konsumraum für Duisburg. Der große Vorteil ist einfach, sie müssen sich nicht verstecken, sie liegen nicht im Dreck. Es ist alles hygienisch. Und selbst wenn es einen Notfall geben sollte, sind halt Sanitäter vor Ort, das ist so vorgeschrieben, gesetzlich so vorgeschrieben. Bei einem Notfall würde halt sofort jemand kommen und helfen. Und das ist halt der große Vorteil. Dann kommt es eben nicht zu einem Drogentod quasi. Fachkräfte, Einwanderung, Bleiberecht und Staatsbürgerschaft. Gleich drei Themen, die sich die Bundesregierung vorgenommen hat. Denn sie ist der Meinung, es braucht Reformen und hier erhalten sie Unterstützung aus der Wirtschaft. Deutschland braucht mehr Fachkräfte. Diese Forderung ist aktuell immer öfter aus Politik und Wirtschaft zu hören. Besonders betroffen ist unter anderem der Pflegebereich. Unter anderem soll das Einwanderungsrecht so verändert werden, dass Fachkräfte zukünftig über ein Punktesystem nach Deutschland einwandern. Auch dann, wenn sie noch keinen Arbeitsplatz vorweisen können. Ansätze, die auch bei der niederrheinischen IHK Zustimmung finden. Ich glaube, dass das ein sehr guter politischer Impuls ist, ja. Und ich glaube, wir brauchen das im Sinne unserer Betriebe und Unternehmen einfach auch, um den Bedarf für die Zukunft hier zu decken. Aber nicht nur das Thema Einwanderung von Fachkräften steht aktuell auf der Agenda. Denn am 2. Dezember hat der Bundestag einen Entwurf für das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht beschlossen. Menschen mit einem Duldungsstatus können damit dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Vorausgesetzt, dass sie bis zum 31. Oktober diesen Jahres mindestens 5 Jahre in Deutschland gelebt haben und nicht straffällig geworden sind. Und so kurz vor Weihnachten wird ja oft an Nächstenliebe erinnert. Ein positives Beispiel ist hier das Bootshaus Ehingen. Hier bietet man jedes Jahr Bedürftigen und Obdachlosen ein warmes Weihnachtsmenü an. Eine schöne Tradition. Ein Teller nach dem anderen verlässt die Küche des Bootshaus Ehingen. Gefüllt sind sie mit warmen Weihnachtsessen. Getränke gibt es natürlich auch. Alles kostenlos. Denn die Nikolausfeier richtet sich an bedürftige Menschen, die sich ein solches Essen normalerweise nicht leisten können. Also durch den Kontakt, den wir sowieso haben mit Citywärme, haben wir gedacht, wir laden die Leute einfach mal ein. Eine schöne weihnachtliche Umgebung, die können sich einfach mal hinsetzen, die werden einfach mal bedient, die dürfen essen, trinken. Einfach mal so einen schönen Tag oder ein paar schöne Stunden. Und das war es schon wieder mit dem Studio 47 Wochen Update. Aber wir haben noch so viel mehr. Weitere News und Geschichten unter studio47.de oder natürlich in unserem TV-Programm 24 Stunden aus der Region. Machen Sie es gut. Tschüss aus Kastrafeld.